willkommen zu diesem heutigen spiel fußballfreunde willkommen in diesem tollen stadion wolf fuß und frank buschmann heißen auch heute wieder ihre kommentatoren und heute sind wir zu gast bei einem ligaspiel ich glaube das könnte heute wirklich ein sehr interessantes spiel werden für beide geht es um der menge dann schauen wir doch mal wie sich dieses spiel entwickelt ich glaube das wird spannend beide mannschaften werden das spiel sehr ernst nehmen aber er muss aufpassen sie kommen die flanke jetzt weiter diese szene immer noch gefahr jede menge platz auf dem flügel schöne aktion und sie verlieren den ball dann doch die gäste sind im augenblick die mannschaft mit den meisten toren vor diesem auswärtsspiel haben sie die beste offensive und das macht sie natürlich zuversichtlich das macht sie selbstbewusst wir haben die leute genau wissen und der keeper hat den ball er geht dazwischen das ist die chance stark gemacht gibt ein wolf und jetzt kriegt er doch noch seine strafe der schiri belässt es allerdings bei gelb ja für mich geht das in ordnung wolf hartes einsteigen aber nicht über hart chance zur führung fällt das tor doch noch einfach klasse wie er diese chance verhalten wir das unentschieden verteidigt da wäre sie fast den rückstand bei gewinnen gefährliche position sie erhalten den einwurf jetzt vielleicht die flanke flanke kommt auf den kurzen post situation geht weiter immer noch gefährlich kann sagen starker zweiger schön dazwischen gegangen ja könnte gefährlich werden jetzt niemand kann ihn aufhalten gutes dribbling hereingabe in die mitte abwehrversuch scheitern zähne geht weiter sieht gefährlich aus er kommt an den ball per hechtsprung klasse gemacht da hat er gar nichts anbrennen lassen und das macht ihn als keeper so stark dass er solche szenen ließ zähne geht es nicht so viel kein guter pass weg ist der ball jetzt haben sie den ball wieder und weiterspielen hat auch vorteil entschieden klasse da sieht er dass ich eine chance ergeben könnte das war riskant aber es ist gut gegangen schöne aktion sie bringen den hohen ball da haben sie gut aufgepasst super gemacht jetzt hat er den ball hartes einsteigen das riecht nach platzverweis diese rote karte könnte hier vielleicht noch ganz entscheidend werden in dieser partie das glaube ich auch die beiden teams bisher sehr sehr ausgeglichen aber jetzt könnte das ganze kippen da grätscht er voll in den mann riskante aktion der reingabe kam gut aber der ball ist erstmal weg er steht unentschieden also ich hätte mir hier mehr erhofft 0 nummer zur pause für mich unerwartet und jetzt geht es hier weiter der pass in den freien raum gut gemacht abseits fahne so oben da hat nicht jeder mit gerechnet ich auch nicht da bin ich ganz ehrlich das war eine ganz enge geschichte und das war wichtig dass die fahne hoch geht sonst hätte er hier das tor machen können sie verlieren hier den ball vorteil bei diesem zweikampf ja so kann man das auslegen super dazwischen gegangen da haben sie den ball wieder da ist platz für den konter da steht er gut er kann dazwischen gehen gute chance für eine flanke jetzt die möglichkeit noch die chance da es gibt straffstoß er zeigt auf den punkt es gibt elf meter und eine karte gibt es obendrauf aber nur die gelbe da war der schiri gnädig und den ball hält der torhüter fest unnötiger ballverlust gute aktion schön abgebrochen chance zur führung da ist die führung und sie haben es sich wahrlich verdient bisher total überlegen es war eigentlich nur eine frage der zeit bis der treffer fällt wir schauen noch mal kurz auf die wiederholung erst läuft der ball richtig gut und dann ist ja klar wenn er so an den ball kommt dann musst du mit dem treffer rechnen diese harten flachschüsse die hat darauf auswechslung mal sehen ob sie durch die umstellung besser ins spiel kommen noch liegen sie hinten sie sind jetzt also in führung 1 0 schönes anspiel das war sehr gut da muss doch einer sein die fans können es nicht glauben für sie war das ein klarer straffstoß schöner pass sie können nichts aus dieser szene machen keine gute aktion er spielt steil der war weit weg aber kein schlechter schuss ein unglaubliches tor was für ein hammer was für ein traumtor schöner treffer wir sehen uns die wiederholung an aus der distanz einfach mal drauf gehalten und wenn der ball dann so kommt was willst du da machen ist unhaltbar spielstand 2 0 im moment läuft es natürlich für sie spiel geht mit einwurf weiter jetzt wird hier gewechselt jetzt wird hier gewechselt jetzt können sie vielleicht kontern gefährlich da ist der ball dann doch weg da müssen sie mehr draus machen könnte jetzt was werden da verlieren sie den ball der blick auf die uhr neun minuten bis zum ende da ist die chance der muss dort drin sein geht da noch was viel zeit ist nicht mehr aber ich glaube das wird noch spannend hier nochmal die wiederholung passt so gar nicht zum spielverlauf aber in der situation stimmt alles jetzt steht es hier 2 zu 1 eine enge kiste gleich ist hier schluss aber sie können den ausgleich noch packen jetzt bekommen sie die chance nur noch vier minuten in der regulären spielzeit macht er gut hier viel mit auge es sah so aus als kämen sie durch aber jetzt ist der ball weg Ballverlust guter steilpass hier gefährlich was für eine technik mit diesem volley macht er da das tor das ist natürlich eine überragende szene da ist das tor nochmal ist natürlich eine wirklich gute flanke und dann ist er da packt den volley aus es ist ein sehenswerter treffer ein unhaltbarer treffer damit ist dieses spiel und wir halten fest mehr als diese niederlage ist heute nicht dabei rausgekommen sie hätten heute zu gerne mehr gezeigt sie sind ja das torreichste team aber wenn du den besten sturm hast dann musst du meiner meinung nach anders agieren das war ungewohnt schwach heute eine klare niederlage eine verdiente liga und da verdiente die liga eine verdiente liga und da verdiente die liga diese rote karte könnte hier vielleicht noch ganz entscheidend werden in dieser partie das glaube ich auch noch ist die chance da es gibt strafstoß chance zur führung da ist die führung und sie haben es sich wahrlich verdient bisher total über keine gute aktion er spielt steil der war weit weg aber kein schlechter schuss ein unglaubliches tor was für ein hammer was für ein traut da ist die chance der muss noch drin sein geht da noch was viel zeit ist nicht mehr aber ich glaube das wird noch spannend da guter steil passiert gefährlich so 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 so